Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Zusammenfassung und sehr ausführlichen zum Thema Facebook Marketing in 2020. Mein Name ist Katrin Hill, ich bin Facebook Marketing Expertin und mein Motto ist Facebook Marketing leicht zu erklären. Was ich machen möchte heute, ist euch mal hinter die Kulissen mitzunehmen und zu zeigen, was Mark Zuckerberg so alles vorhat und zwar in den nächsten zehn Jahren mit uns tatsächlich sogar und auch was die amerikanischen Experten dazu sagen. Wir gucken uns die neuesten Tools an, die Facebook plant und die auch zum Teil schon ausgerollt wurden und natürlich schauen wir, wie ihr das Ganze auch umsetzen könnt, weil mir das ganz ganz wichtig ist. Also, was ich jetzt machen will, ist auch mein Bildschirm mit euch teilen, wir gehen ein paar Sachen durch und gucken uns gleich mal das neue Design von Facebook an, was jetzt kommen soll und eine Sache, ich habe mir dazu natürlich ein paar Notizen gemacht, ich habe mir einiges aufgeschrieben und angeschaut und das hat mich echt total, ich verschiebe mich mal, total umgehauen. Das ist ein Satz, den Facebook 2017 tatsächlich schon auf der Business Plattform gepostet hat. 2020 gibt es mehr Menschen mit Mobiltelefon als mit fließend Wasser. Total verrückt. Aber eine Sache wissen wir, Facebook ist mit allem, was sie tun und allen anderen Plattformen immer einen Schritt voraus. Sie haben nur wenige große Player, die da mitmachen können. Gucken wir uns Amazon an, die auch sehr, sehr viel entwickeln. Google mit YouTube kombiniert, die auch wirklich immer Vorreiter sind auf ihrem Gebiet. Facebook ist einer von diesen Global Playern, die auch wirklich viel verändern können und die das Marketing, so wie wir es kennen, auch umdenken können. Und schon immer irgendwie einen Schritt voraus sind. Insbesondere in den USA, wir sehen das ja, wir beobachten das, in den USA sind sie uns alle einen Schritt voraus. Und wir gucken uns das so ein bisschen ab, was läuft da so und dann schauen wir, wie können wir das für uns anpassen. Ja, so was ganz, ganz wichtig ist, wir gucken uns mal an, in welche Richtung wird es denn gehen. Und da zeige ich euch mal das neue Design. Wer von euch es noch nicht gesehen hat, ja, so sieht es aus. Das ist das neue Design von Facebook. Und ihr seht, es ist sehr an die mobile App angelehnt, ja. Und ihr könnt alle mal sagen, der Christoph sagt, er sieht nichts. Also wenn ihr nichts sehen solltet, sagt mal Bescheid einmal im Chat. Wir gehen einmal kurz dieses Video durch. Es ist ein ganz kurzes Video, das einmal zeigt, wie dieses Design aufgebaut ist. Und daran alleine können wir schon sehr viel ableiten, was jetzt in den nächsten Monaten und auch 2020 allgemein an Prioritäten gesetzt werden sollten von uns als Marketer, um sichtbar zu werden. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also, wir gucken uns das einmal gemeinsam an. Hier ganz klar, wenn man auf die Startseite kommt, ihr seht, das ist die direkte Startseite, so wie jetzt unser Newsfeed, ja. Also quasi der Newsfeed, wenn wir uns einloggen, egal ob am PC, klar, am Mobil sieht es noch ein bisschen anders aus, aber am PC sieht es dann so aus, ja. Ob das zu hundertprozentig so sein wird, wissen wir nicht. Das ist jetzt erstmal eine Beta-Version, aber so in die Richtung wird es gehen. Und was wir sehen, ist so ein bisschen diese mobilen Tabs, die wir hier haben, ja. Also mobil quasi das Menü, das wir durchklicken können. Und unser linkes Menü wird sich auch komplett verändern. Das haben wir jetzt schon ähnlich. Da haben wir zum Beispiel hier Favoriten drinne von unseren Gruppen und auch Seiten, denen wir folgen. Ich denke mal, da kann man unendlich viele reinmachen. Ich habe da bestimmt so etwa zehn, damit ich in der Schnellfunktion ganz schnell auf die Seiten zugreifen kann. Und dann haben wir hier, und das ist ganz wichtig, da komme ich nämlich gleich noch drauf, Veranstaltungen recht weit oben. Wir haben die Gespeichert-Funktion recht weit oben, die ich übrigens liebe. Könnt ihr mal sagen, ob ihr die gerne verwendet, wie auch Veranstaltungen. Also zum einen erstellt ihr gerne Veranstaltungen und nutzt ihr sie als Nutzer. Ich habe gerade gestern in Facebook nach Veranstaltungen gesucht, in der Nähe von Schwerin, hier in Mecklenburg-Vorpommern, wo ich wohne, weil ich bei Google nichts gefunden habe. Und bei Facebook waren tatsächlich mehr Veranstaltungen drin als bei Google, was ich sehr spannend finde. Und Google war nervig. Ich musste mehrere Webseiten besuchen, bis ich dann endlich alles gefunden hatte. Hier bei Facebook ist das alles schön übersichtlich. Aber dazu komme ich gleich noch. Wir haben weiterhin Gaming. Also Spiele. Würde ich auch gerne mal wissen. Nutzt ihr Spiele auf Facebook? Spielt ihr tatsächlich? Ich mache es gar nicht. Ich bin da überhaupt, ich mache es absichtlich nicht, damit ich nicht noch mehr Zeit vertröde hier auf der Plattform. Aber mir ist wichtig, dass ihr versteht, es ist recht weit oben, viele nutzen Facebook zum Spielen. Auch wenn ihr selber das vielleicht nicht tut. Aber wie können wir das als Marketer, als Unternehmer denn für uns umsetzen, dass wir spielerisch unsere Inhalte weitergeben? Und da erzähle ich gleich ein bisschen mehr noch zu. Wir haben Fundraisers. Vielleicht habt ihr schon gemerkt. Also Spenden. Ja, wir haben sehr, sehr häufig auf Facebook, dass wir erinnert werden, der und der hat Geburtstag und sammelt Spenden an seinem Geburtstag. Das wird auch noch mehr gefördert. Und das finde ich richtig, richtig gut. Das heißt, Facebook will das hier supporten, wenn wir etwas Gutes tun wollen. Und da wird hier ganz viel unterstützt. Ja? Never spiele. Nein, spiele nicht auf Facebook. Bin in den Namen. Ja, die meisten gar nicht, aber tatsächlich sehr, 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 sehr viele spielen auf Facebook. Ihr kennt vielleicht diese tollen. Ich bin ein Einhorn und das bedeutet, ich bin immer gut drauf. Mach das Spiel mit und finde heraus, welches Tier, welches imaginäre Tier du bist. Das sind Spiele, in Anführungsstrichen, denn die sammeln unsere Daten und da können wir richtig fröhlich klicken, können das dann auch posten und es sind fröhlich unsere Daten eingesammelt worden. Und letztendlich haben wir nichts dabei gelernt. Und das machen echt immer noch viele von meinen Freunden. Ich sehe es immer wieder bei mir im Newsfeed. Ihr seht, viel mehr ist jetzt hier gerade gar nicht unbedingt. Ja? Der Rest ist so ein bisschen hier rüber gerutscht. Und das finde ich dann ganz spannend. Wir haben nämlich, wenn ich das Video mal abspiele und das mal ein bisschen durchgehe, dann hier die Tabs und er fängt hinten an. Gruppen. Die gibt es auch jetzt schon. Eine Übersicht der Gruppen. Auf diesen Reiter gehe ich am Handy gerade auch sehr, sehr häufig, um einfach auf den Laufenden zu bleiben, was in meinen Gruppen und auch in Fremdengruppen, in denen ich bin, passiert. Ja? Also hier ein Riesenfokus auf dem Thema Gruppen. Und das erkläre ich auch gleich nochmal, warum. Wir haben außerdem dann hier von Freunden die Gruppen. Wir haben den Marketplace, der bei uns in Deutschland auch noch gar nicht häufig genutzt wird. Ja? Marketplace ist einfach so ein Thema, wenn du etwas verkaufen willst oder auch kaufen. Und ich glaube, das wird auch noch ausgebaut. Also wenn du Produkte hast, die du verkaufen kannst, sogar Immobilien, alle möglichen Themen sind hier drin, dann guck dir den Marketplace an. Super spannendes Thema. Wir haben dann hier, und das finde ich auch total cool, das Profil auch ganz anders aufgebaut. Ja? Also ähnlich, wie wir es jetzt sehen, aber es ist jetzt hier im Menü ganz anders versteckt, sag ich mal. Weil, und das wisst ihr, wir sind sehr selten auf unserem Profil. Wir sind viel häufiger auf der Startseite von Facebook. Und auch da fällt eine Sache, wenn man jetzt mal auf diese Seite guckt, besonders auf, was ist denn hier am auffälligsten auf dieser Seite? Ganz klar hier dieser blaue Button, und zwar ziemlich groß und nicht ganz klein, irgendwo in der Ecke hier, wie er jetzt ist. Ja? Das heißt, Stories, auch da großer Fokus, wann du sie benutzen wolltest, solltest und wann auch nicht, das sage ich gleich noch. Aber, Stories, ganz, ganz wichtig, dass ihr wirklich mal in die Richtung schaut, wo liegt der Fokus von Facebook? Und der Fokus liegt immer da, wo sie ihr Augenmerk haben. Und das müssen wir einfach mal ein bisschen analysieren und dementsprechend hier reingehen und in die Stories. Ja? Super. So, gut. Dann vielleicht könnt ihr mal Edeltraut helfen, dass sie mal die Seite einfach aktualisiert, weil wenn sie mich nicht hört, kann ich ihr das erklären, aber das bringt mir nicht viel. Also das wäre ganz gut. Profil leicht anders. Wie gesagt, guckt euch das an. Das Titelbild wird ein bisschen anders aussehen. Das heißt, wir müssen hier einfach schauen, wenn wir das Titelbild nutzen, im Profil, ja, das ist das private Profil, dann Informationen eher nach links und rechts setzen und nicht unbedingt hier in den Mittelbereich. Und ich könnte wetten, dass es mobil nochmal ganz anders aussieht. Das heißt, wir müssen einfach immer darauf achten, wenn wir das Titelbild anpassen, auf dem Profil wie auch auf der Fanpage, dass es mobil anders aussieht. Also entweder links und rechts oder oben und unten, was abgeschnitten wird. Das heißt, die Hauptinformationen hier in diese Bereiche bringen. Was ich ganz wichtig finde, und das solltet ihr alle jetzt schon gemacht haben, ist, dass ihr wirklich hier den Bereich auch ausgefüllt habt, also eure Seite hier verlinkt habt zum Beispiel und möglichst, und das ist mein Favorit, hier nicht zu viel eintragen, weil das erschlägt bloß. Nur das Wichtigste hier in dieser Über-mich-Sektion eintragen und das ist für mich die Fanpage. Ja, verlinkt dort eure Fanpage und in meinem Fall ist da jetzt ein Steckbrief. Ich hoffe, der bleibt uns erhalten. Wir hatten ihn schon mal vor ungefähr einem Monat, hatte Facebook den einfach mal weggenommen für 24 Stunden. Das fände ich sehr, sehr blöd, weil der hilft uns nochmal, um hier wirklich detailliert zu erklären, was wir tun. Was hier auch wichtig ist, Blogger kann man machen, ja. Da ist die Seite verlinkt, aber man kann auch statt Blogger, könnt ihr bei mir gerne mal gucken, einfach die Berufsbezeichnung reinbringen. Also bei mir Facebook-Marketing-Expertin. Add und dann eben bei der Fanpage-Name. Also da, Profil kann man immer optimieren. Das ist, finde ich, sowieso sehr, sehr spannend. Und jetzt wird es nochmal ganz cool. Ihr seht es hier auch mit einem ganz anderen Design, ist hier nochmal wirklich unser Facebook-Watch. Ja, das ist nicht Watch-Partys, das ist Watch. Ihr seht es hier. Das ist quasi dieses nachgemachte YouTube. Facebook will immer mehr in die YouTube-Richtung und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin nicht auf Facebook, um hier nach How-To-Videos zu suchen. Wie koche ich ein Rezept XY? Oder auch, mein Mann hat letztens irgendwas Technisches rausgesucht, wo ich mir denke, sowas gibt es auf YouTube, gibt es ja gar nicht. Es gibt so viel auf YouTube. Aber für solche Anleitungen gehe ich nicht auf Facebook. Facebook will allerdings, dass wir mehr Zeit auf der Plattform verbringen und dementsprechend werden sie auch viel mehr Zeit hier in diesen Teil investieren. Und wir sehen, da sind zum Beispiel Red Table Talk, ist eines der beliebtesten Shows überhaupt. Millionen von Menschen gucken das. Die Frau und die Tochter von Will Smith leiten das und sprechen über relevante Themen. Super beliebt, super hohe Produktionen, also so ein bisschen Netflix-Style. Das können wir als Marketer nicht leisten. Was wir aber machen können, ist uns überlegen, wie können wir denn unsere Videos anpassen, damit sie in Richtung Red Table Talk gehen, was wirklich hochqualitativ produziert ist, ohne den Aufwand. Weil das ist ja so dieses leicht erklärt, was ich gerne mitgeben möchte. Und da sind ganz einfache Tipps, die du mitnehmen kannst für dich. Also zum Beispiel Handy nehmen und draußen loslaufen und was zeigen, was erklären. Wir kriegen sofort mehr Zuschauer, die auch länger gucken und schauen. Wenn wir uns die Statistiken angucken, ist es meistens so, dass bei Facebook ziemlich schnell, sag ich mal, aufgehört wird zu schauen. Und wir kriegen viel mehr Zuschauer, wenn wir unterwegs sind. So ein Video, was ich jetzt hier gerade mache, das wird eher weniger Aufmerksamkeit auf Facebook bekommen, weil es erstens schon beinah zu lang ist. Also die wenigsten werden es sich bis zum Ende anschauen. Es ist relativ langweilig. Was mir hilft, ist, dass ich den Bildschirm teile. Dass ich hier mal ein bisschen Bewegung reinbekomme. Das würde bei dir jetzt, wenn du einfach nur deinen Kopf zeigst, ein bisschen langweiliger wirken. Und meine erfolgreichsten Videos sind, wenn ich im Urlaub in Italien umherlaufe und was erzähle. Weil die Leute beobachten, was passiert denn da im Hintergrund? Was macht sie denn da gerade? Sie ist ja an einem anderen Ort. Also sowas kommt sehr gut an. Und das ist quasi der Red Table Talk nachgemacht in billig. Das ist so mein Favorit. Wie können wir es schaffen, unsere Videos simpel zu halten und trotzdem spannend aufzubauen? Und das schaffen wir insbesondere, wenn wir unterwegs sind. Was dann auch kommt, ist hier die Benachrichtigungen. Die sind dann ein bisschen anders aufgebaut. Seht ihr jetzt hier schon. Das finde ich ganz spannend. Das heißt, wir können hier die Benachrichtigungen anklicken und direkt hier rechts den Beitrag dazu sehen und müssen, wie ich das jetzt gerade mache. Ich mache es mir sehr kompliziert. Wenn eine Benachrichtigung kommt, ich zeige es euch mal, wie ich mit Benachrichtigungen umgehe. In einem neuen Tag ziehe ich mal hier hin. Ich gehe auf Facebook drauf. Die Benachrichtigung kommt und dann gehe ich damit so um, dass ich tatsächlich jede einzelne Benachrichtigung prüfe, ob die jetzt wichtig ist für mich. Mache einen Rechtsklick und öffne das in einem neuen Tab für alle neuen Benachrichtigungen. Würde ich jetzt jeden einzelnen abgehen und wenn ich die durch habe, dann markiere ich sie alle als gelesen. Das heißt, ich habe dann am Ende alle Tabs offen und wenn ich fertig bin mit der Benachrichtigung, dann schließe ich es. So kann ich nichts übersehen und das wird uns hier natürlich total erleichtert, wenn wir das hier direkt alles machen können und abhaken können, ob wir fertig sind damit nicht oder nicht. Finde ich sehr, sehr viel einfacher als vorher und ich finde das Design richtig gut. Also das gefällt mir super. Da bin ich sehr gespannt, ob das tatsächlich dann so umgesetzt wird. Ja, genau. Also Claudia fragt, ob sich auch das Fanpage, der Header-Bereich dort ändert. Ich denke, auch die Fanpages werden sich verändern. Auch da habe ich schon ein paar Beispiele gesehen, wie das aussehen könnte, aber da gibt es noch nichts Konkretes, weil die jedes Mal anders aussehen. Meistens, wenn Facebook ein großes Design-Update macht, dann machen sie das überall. Es kann nur leicht versetzt sein. Ja? Also ich finde es jedenfalls sehr, sehr spannend. Was wir auf jeden Fall beachten sollten, ist, was der Marc so schreibt. Und ich finde immer ganz spannend, was er jedes Jahr für Challenges sich selbst gibt. Er hat jedes Jahr sich einen Vorsatz quasi vorgenommen, eine Sache, die er in dem Jahr besonders gut machen möchte. Und ich habe hier mal die Zusammenfassung rausgesucht, weil ich das ganz witzig fand. 2009 hat er damit angefangen, ja, weil er einfach, und das ist sein Hintergrund vor allen Dingen, sich selbst eine Challenge setzen möchte, also eine Aufgabe, ein Ziel. Und aber auch nachher später haben wir gesehen, also es wäre hier zum Beispiel jeden Tag eine Krawatte tragen. Passt natürlich überhaupt nicht zu ihm. Ich weiß nicht, ob er das durchgehalten hat damals, aber Mandarinen zu lernen, also chinesisch zu lernen, finde ich total spannend. Seine Frau ist Chinesin, von daher ist das total toll. Als Ziel finde ich das total gut, ja. Dann hat er 2011 nur Tiere gegessen, die er selbst getötet hat. Auch krasses Thema, wie ich finde. Und 2012 hat er wirklich zu programmieren, wollte er jeden Tag programmieren, ja. Und letztes Jahr hat er sich 2019 vorgenommen, dass er wirklich mehr Diskussionen führt über die Zukunft der Technologie in unserer Gesellschaft. Und das finde ich sehr spannend. Letztendlich hat er nur drei wirkliche Diskussionen geführt. Das finde ich jetzt nicht sehr viel. Da hat er in, hier zum Beispiel 2017 hat er jeden Monat mindestens mehrere Staaten besucht und hat dort Leute von Facebook interviewt, hat sich mit denen ausgetauscht. Das fand ich sehr, sehr spannend. Was sich jetzt ändern wird, ist tatsächlich, dass er nicht mehr sich solche Vorsätze vornimmt, tatsächlich. Und da wird es spannend, das ist so dieser Zukunftsgedanke. Er sagt, er hört jetzt auf, dass er sich jährliche Ziele vornimmt, sondern er will jetzt mal hier ein Longer Term Fokus, also sich auf einen längeren Zeitraum konzentrieren. Und das auf zehn Jahre. Er will die nächsten zehn Jahre visionär, als visionär unterwegs sein. Und das merken wir. Er hat die im Jahr, dieses Jahr sag ich noch, ich habe mich noch nicht an 2020 gewöhnt. 2019 hat er natürlich sehr viel von Privatsphäre gesprochen. Das ist ganz klar nach Cambridge Analytica und den ganzen, ja sagen wir mal schwierigen News von Facebook, müssen sie jetzt zusehen, wie sie es schaffen, wie sie das Vertrauen wieder aufbauen der Nutzer. Und sein Langzeitfokus ist vor allen Dingen hier in dieser Privatsphäre. Also es ist ein großer Teil. Ihr könnt am 9. Januar, hatte er das gepostet, könnt ihr das mal durchgehen. Er hat so ein paar Hauptthemen, die er hier anspricht. Zum Beispiel die Generationswechsel, die jetzt gerade stattfinden. Ja, mit dem Austausch, mit dem Ziel, das er am Anfang bei Facebook hatte, den Menschen die Möglichkeit zu geben, mit Facebook die Welt zu verändern. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil das hat er natürlich immer noch als Ziel. Aber, und da wird es hier in Richtung Social Platform, was er sagt, je mehr wir uns mit den Menschen austauschen und auf Masse gehen, zu sehen, dass wir eine Veränderung machen können, weil wir tausende Freunde haben, weil wir die mitreisen können. So wird es doch 2020 und auch in den Folgejahren immer wichtiger sein, so beschreibt er das, dass wir nicht auf Masse gehen und auf Masse uns konzentrieren, zumindest nicht nur, sondern es ist viel mehr der Wunsch nach Intimität da. Viel mehr der Wunsch, dass wir uns wieder mit unseren Nachbarn verstehen. Wer von euch kennt sich denn noch gut mit seinen Nachbarn aus? Wer sagt da Hallo? Wer kennt den? Wer weiß, was der arbeitet und trifft sich vielleicht ab und zu mit den Nachbarn? Würde ich echt gerne mal wissen. Wir sind ja auch gerade erst umgezogen vor anderthalb Jahren hier in eine Neubausiedlung. Und ja, wir kennen unsere direkten Nachbarn, aber was dahinter ist, schon nicht mehr so wirklich. Ja, ich finde das an sich traurig, weil ich komme aus dem alten Dorf. Meine Eltern kennen alle Nachbarn, außer die neu zugezogenen. Und genau da greift jetzt Facebook ein und genau das, vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, wer von euch war denn in letzter Zeit mal im Kino? Ich war jetzt gerade am Freitag, hab Bad Boys gesehen, weil nichts anderes war irgendwie. Und es fällt auf, Facebook schaltet Werbung. Vielleicht habt ihr die Plakate schon gesehen, vielleicht habt ihr es im Fernsehen schon als Werbung gesehen. Vielleicht habt ihr schon gehört, dass ja auch bald der Superbowl sein wird und Facebook erstmalig dort auch Werbung schalten wird. Ja, das heißt, sie werden auf dem Superbowl, ich glaube, das ist die teuersten Werbeslots der Welt während des Superbowls. Und worüber spricht diese Werbung? Ihr wisst es, postet es gerne rein in die Kommentare. Worum geht es in all diesen Werbekampagnen von Facebook? In jeder einzelnen Werbekampagne geht es nämlich um Gruppen, Facebook-Gruppen. Und genau das ist diese Intimität, von der der Sack da auch spricht, die Leute wieder zusammenzubringen. Jeder einzelne dieser Anzeiger ist eine Facebook-Gruppe, die es auf Facebook gibt, wo sich die Leute zu einem speziellen Thema, ich habe gerade gestern mal wieder ein paar durchgeguckt, Trompeter in Hamburg oder Hundeliebhaber in Essen oder Klassik-Sänger zum Beispiel, ja, so eher allgemeinere. Facebook versucht, die Menschen zusammenzubringen und Facebook versucht, sie wieder miteinander zu verknüpfen. Und da haben wir genau dieses Thema, wie schwer das ist, überhaupt Reichweite zu bekommen, wenn wir es nicht schaffen, hier ganz konkret unsere Leute anzusprechen. Facebook-Gruppen ist so mein Lieblingsthema und ohne Facebook-Gruppe ist es mittlerweile auch recht schwer, hier Reichweite zu bekommen. Es ist natürlich nicht der einzige Weg, um Reichweite zu bekommen, aber innerhalb von Facebook-Gruppen, wenn wir eine eigene haben, wird es wesentlich leichter, weil es eine intimere Umgebung ist, ja. Jetzt aber stopp, ganz viele fangen dann immer an. Ich habe keine Gruppe, soll ich jetzt sofort eine aufmachen? Und nein, ist meine Antwort, nicht sofort. Es gibt andere Wege, um Reichweite zu bekommen, das ist ganz, ganz wichtig. Ihr müsst erst einmal verstehen, wie ihr eure Beiträge erstellen müsst, damit sie die Leute erreichen 2020. Denn genau da greift das Thema wieder ein, was ich vorhin erzählt habe. Was wollen denn die Nutzer auf Facebook? Denn sie sind noch da, es ist nicht so, dass sie weggehen und ich habe auch nicht Angst um meinen Arbeitsplatz, ganz im Gegenteil. Nur Facebook verändert sich. Wir können nicht das machen, was vor drei Jahren noch funktioniert hat. Einfach nur das Live-Video zu machen auf Facebook funktioniert nicht mehr. Wir müssen uns überlegen, wie können wir das optimieren. Und ich weiß, dass das sehr, sehr schwierig für manche ist. Ich habe, was ich jetzt zwischenschiebe, ich wollte es eigentlich erst am Ende erzählen. Wir haben eine Challenge, die wir starten am 5.2. bis zum 10.2. Und ich teile den Bildschirm und zeige es euch ganz schnell. Ihr könnt es euch dann in Ruhe anschauen, wo ich euch ganz genau zeige, wie ihr auf der Fanpage wieder mehr Reichweite bekommt. Ein paar Sachen erkläre ich gleich noch. Aber da, und das ist das Wichtige in der Challenge, kommt ihr direkt ins Tun. Ich will ja, dass ihr umsetzt und dass ihr direkt Ergebnisse auch bekommt. Ja? Genau. Ja. Super, genau. Gruppen. Ihr wisst auch alle, worum es geht. Also, wichtig ist mir, die Challenge ist für alle die relevant, die auch mit Facebook wieder Reichweite haben möchten. Vier Tage. Ihr bekommt vier Aufgaben mit vier verschiedenen Beiträgen, die ihr erstellen müsst. Auf dem Profil und in der Seite. Und ich weiß, da wird auf jeden Fall, werden sehr, sehr viele Direktdurchbrüche haben. Aber gehen wir mal direkt weiter. Ja? Weil das ist mir wichtig. Also, wir haben uns Mark Zuckerberg angeguckt. Für ihn ganz, ganz wichtig, dass wir hier mehr privat unterwegs sind. Und private Social Plattformen schaffen. Und das macht er nicht nur mit den Gruppen, was ich gerade gesagt habe, riesen Fokus auf den Gruppen. Sondern das zweite Thema hier ist der Messenger. Der Messenger wird völlig umgebaut und ausgebaut, weil genau das auch diese soziale Plattform ist, wo er ganz viel Potenzial sieht. Was wir ganz klar haben, ist mit WhatsApp einen der größten Player, wenn es um den Chat geht, in den USA noch nicht ganz so verbreitet. Da ist tatsächlich der Facebook Messenger häufiger verwendet. WhatsApp kommt dann in Europa als häufigst verwendeter. Und dann die große Konkurrenz von Facebook in China ist WeChat. Und WeChat ist sehr, sehr spannend. Alle, die sich mit WeChat schon mal auseinandergesetzt haben, die wissen, dass das eine Plattform ist, ein Chat Messenger. Ja, so ein Messenger, wo man sich hin und her schreiben kann. Wo neben dem Messenger noch viel mehr möglich ist. Wir können direkt darin bezahlen. Wir können direkt darin Termine machen. WeChat hat so viele. Wir können direkt im Messenger spielen zum Beispiel. WeChat ist dann nochmal so ein Schritt weiter, was den Messenger angeht. Und Facebook will da auch ran. Und sie werden sich in diese Richtung bewegen. Denn, was wir wissen, wer von euch nutzt denn WhatsApp-Gruppen? Also eine Gruppe, wo man eben mehreren Leuten gleichzeitig schreibt. Und genau das ist das. Wir lieben diese kleinen, intimen Gruppen. Ich habe gerade am Freitag eine neue Gruppe aufgemacht mit unseren Nachbarn. Tatsächlich. Damit wir uns besser austauschen können. Damit ich nicht jedem Pärchen-Teil quasi einzeln schreiben muss. Sondern damit wir alle die Nachricht gleichzeitig sehen. Und genau das ist das, wo Mark den Fokus hat. Wenn wir nochmal einen Schritt weiter gehen, was noch mehr zukunftsträchtig ist, was für uns Marketer aber nicht so ganz relevant ist, ist die virtuelle und die erweiterte Realität. Auch da setzt er einen Fokus. Auch da hat er vor allen Dingen vor zwei Jahren auf der F8-Konferenz sehr viel von gesprochen. Und seine Vision sieht da so aus, dass er das möchte. Und das finde ich sehr spannend mit einem virtuellen Team. Dass er an einem Tisch sitzt mit jemandem zusammen, der aber auf einem anderen Kontinent ist. Das heißt, durch die virtuelle Realität haben wir das Gefühl, wir sitzen dem gegenüber, obwohl wir es gar nicht tun. Und das so real wie möglich. Auch da eine absolute Entwicklung. Facebook macht da ganz viel im Hintergrund. Mari Smith hat zum Beispiel auch gesehen, wie die jetzt schon entwickeln mittlerweile. Man hat eine Weinflasche in der Hand, hält die Handykamera darauf. Und dann ploppen alle Informationen auf. Von wem wurde dieser Wein hergestellt? Wann wurde er hergestellt? Wie viele Kalorien hat der Wein? Wie schmeckt der? Also die Geschichte von dem Wein. Und Facebook will jetzt, und da kommt die Zukunftsmusik, für uns nicht relevant. Das ist für große Firmen vielleicht relevant. Wenn wir nicht nur den Wein anmorsen mit unserem Handy, sondern tatsächlich, wenn wir aufs Essen ein Foto machen, kommen direkt die Infos. Wie viele Kalorien hat das Ding? Solltest du, wie viel solltest du davon essen am Tag? Oder alle möglichen Gegenstände, die wir im Raum sehen. Facebook weiß, was ist das? Und erkennt es, hat dahinter eine künstliche Intelligenz geschaltet und hilft uns jetzt hier im Alltag. Viele sagen, oh mein Gott. Da haben viele Angst vor. Das ist einfach so. Aber wir dürfen uns da nicht vor verschließen, wenn wir überlegen, was in den letzten 10 Jahren passiert ist. Auf Facebook, in den sozialen Netzwerken, in den letzten 20 Jahren, was dann möglich ist in den nächsten 10 oder auch 20 Jahren. Da wird sich extrem viel verändern und auch das Verhalten wird sich verändern von den Menschen. Und da müssen wir uns jetzt einfach schon mal die nächste Generation angucken. Die nicht, so wie wir das machen, vielleicht ein Selfie machen. Ich mache ein Foto von mir beim Essen oder ich mache Foodporn. Ihr kennt das, ja. Mein Essen fotografieren. Das kennen ganz viele. Die nächste Generation macht das nicht mehr. Die nächste Generation stellt das Handy hin, aufs Stativ oder einfach an die Seite und filmt sich dabei, wie sie essen. Das ist ein Unterschied. Das ist kein Selfie und das ist kein Foto vom Essen, sondern es ist die Realität direkt dargestellt, live übertragen, genauso wie es jetzt gerade ist. Authentischer geht es nicht. Weil ich kann ein Foto vom Essen machen, aber das bedeutet ja nicht, dass dann tatsächlich da auch was passiert. Zusammengefasst, wichtig, Facebook absoluter Fokus auf den Gruppen. Und wir haben es gesehen, eben bei dem neuen Design, die Gruppen sind hier absolut eines der Hauptteile, wenn wir uns das neue Design angucken. Also Gruppen absolut im Vordergrund. Wir haben die Gruppen hier. Der Marketplace wird an Platz zunehmen und wird auffälliger. Wir haben aber auch die Videos, auf die wir uns konzentrieren müssen. Und naja, so ganz nebenbei die Stories hier ganz oben. Ja, dass du das nicht alles machen musst, da komme ich gleich noch drauf. Aber das sind für mich hier ganz wichtige Teile. Und der Messenger, den haben wir jetzt nicht vergessen. Ich habe eben drüber gesprochen, auch dafür diese intime Kommunikation. Wie machen wir jetzt daraus eine Strategie, damit wir uns als Unternehmer, die eigentlich nicht den ganzen Tag auf Facebook verbringen möchten, überhaupt noch Lust darauf haben. Ich höre das immer wieder. Oh mein Gott, Katrin, viel zu kompliziert. Ich kann das nicht alles abdecken. Ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Und genau da müssen wir mal Prioritäten setzen und überlegen, wo wollen wir hin? Facebook hat für mich zwei große Funktionen. Zum einen möchte ich damit Sichtbarkeit bekommen. Ich möchte, dass ich überhaupt erst mal wahrgenommen werde. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass ich Reichweite bekomme. Wenn ich meine Fans erreicht habe, dann will ich auch, dass sie nicht nur Fan werden, sondern dass sie alle meine Beiträge sehen. Und dass sie mich kennenlernen, damit sie bereit sind, bei mir zu kaufen. Und genau diese drei Schritte, das ist das, was ich erkläre in meiner Vier-Tages-Challenge. Erstmal werdet ihr das direkt umsetzen und ich werde es dann am Ende in dem Training, in der Masterclass nochmal detailliert erklären, warum es so wichtig ist, dass wir uns auf alle drei Schritte konzentrieren. Also überhaupt erst mal sichtbar zu werden, dann aber auch Reichweite zu bekommen, damit unsere Beiträge gesehen werden und am Ende zu verkaufen, worauf wir achten müssen. Für mich wichtig, dass ihr je nach Unternehmen, das ihr habt, da andere in den Fokus setzen müsst. Mal ein Beispiel. Ein Hotel in einem bestimmten Ort sollte jetzt nicht anfangen, eine Gruppe aufzumachen. Der Aufwand ist sehr groß. Wenn ihr eine Gruppe monitoren wollt, ihr habt dann die Seite, ihr habt die Gruppe, ihr müsst Inhalte verfassen, das macht keinen Sinn. In so einem Fall viel wichtiger wäre es, dass ihr in die Veranstaltungen kommt, dass ihr euer Hotel dort sichtbar macht und Veranstaltungen reinsetzt für jeden kleinen Pups. Zum Beispiel gestern, ich habe in die Veranstaltungen reingeguckt von Schwerin und es war das Kino drin, wo einfach der Film des Kinos mit eingetragen wurde. Und sie haben sich dann überlegt, das ist der erste Kinofilm für kleine Kinder, Patterson und Findus, war eine Veranstaltung auf Facebook. Und ich hätte es sonst nicht gesehen, wenn es dort nicht drin gewesen wäre, weil Facebook, wenn wir die Veranstaltung optimieren, die auch den Leuten anzeigt, die in der Region sind oder eben ein spezielles Thema suchen. Also ganz wichtig, dass ihr überlegt, was für ein Unternehmen seid ihr und euch jetzt nicht verrückt machen lasst, macht alle Gruppen zum Beispiel. Es macht keinen Sinn. Wichtig ist allerdings, dass ihr überlegt, was macht ihr für ein Unternehmen, wie könnt ihr mit den Leuten in Kontakt treten, habt ihr eine Art Veranstaltungen, dann Veranstaltungen anlegen für alles. Für meine Challenge habe ich eine Veranstaltung angelegt, selbstverständlich. Für meinen Masterkursstart habe ich eine Veranstaltung angelegt. Wenn der Kurs startet, Veranstaltung anlegen mit dem Tag, wo es losgeht. Für ein Webinar habe ich eine Veranstaltung angelegt. Für ein Treffen in Berlin habe ich eine Veranstaltung angelegt. Veranstaltung, ganz wichtig. Ihr seht es einfach, vor allen Dingen auch auf der Seite, wenn wir mal auf die Seite gehen, auch hier ganz oben, ganz relevant, Veranstaltungen weit oben im Menü, gut sichtbar, jetzt schon. Deswegen hier absolutes Augenmerk auf die Veranstaltung legen. Außerdem natürlich Messenger, auch da zu gucken, jetzt einfach mal zukunftsträchtig, genau das, was Marc sagt. Ja, es ist gut, dass uns tausend Menschen folgen, vielleicht auch zehntausend, in meinem Fall sechzehntausend. Besser ist es allerdings, wenn ich mit hundert von denen Nachrichten hin und her schreibe, weil die viel eher bei mir kaufen werden, wenn sie einmal mit mir Nachrichten schreiben. Und da ganz wichtig, dass wir wirklich hin zu diesem individuellen Austausch wiederkommen und nicht denken, wir müssen jetzt hier eine Riesenmasse erreichen an Menschen. Ja? Und ganz, ganz wichtig, dass ihr hier Beiträge erstellt, die richtig gut ankommen und die die Reichweite automatisch erhöhen. Also, fassen wir nochmal zusammen. Wichtig sind Gruppen, Veranstaltungen und auch der Messenger. Immer nur schauen, dass es zu deinem Unternehmen passt. Und das Thema Stories möchte ich auch unbedingt ansprechen, denn ihr seht es hier, es ist sehr prominent. Und die Stories kommen, wie ihr sicherlich wisst, aus dem ganzen Thema Instagram, bei Instagram. Bei Instagram waren sie zuerst, da sind die Stories schon häufiger aufgerufen als die normale Startseite, also der Newsfeed von Instagram. Ganz wichtig. Also wirklich zu überlegen, wie können wir denn jetzt hier diese Bewegung, die wir haben, hin zu den Stories, nutzen für uns als Unternehmer. Und da möchte ich euch ein bisschen sensibilisieren, denn die Facebook-Stories sehen echt doof aus manchmal. Und ich zeige mir einfach jetzt mal ein Beispiel. Was wir nämlich machen können, sind ein paar, wie ich finde, doofe Funktionen, die Instagram nicht hat. Das heißt, wir könnten jetzt hier direkt in die Story posten. Ich könnte jetzt sagen, ich möchte das in die Story posten und das wird dann veröffentlicht. Aber das Problem ist, es sieht doof aus. Es sieht wirklich doof aus. Und das verdirbt mir gerade so ein bisschen die Freude an diesen Stories. Denn was die Stories machen sollen, für alle die, die das Format nicht kennen, hier ist es auch schon sehr prominent, auch am Desktop, am Mobiltelefon noch prominenter, weil es ganz oben direkt sichtbar ist, das sind Beiträge, die nur 24 Stunden sichtbar sind. Das sind Beiträge, die den Tag dokumentieren sollen. Und das hat den großen Nachteil, dass die Stories nach 24 Stunden wieder weg sind. Ja? Und was wir da auch beachten müssen, ist Privatsphäre. Achtet darauf, dass ihr in den Stories wirklich nur das teilt, was ihr auch wollt, dass Leute einen Screenshot davon machen. Denn 24 Stunden nur verfügbar bedeutet nicht, dass es für alle anderen nicht sichtbar ist. Ich mache einen Screenshot und schon habe ich es. Ja? Schon habe ich es gespeichert. Wichtig ist, dass diese Stories, wie ihr seht, weil eben immer prominenter, immer mehr Überhand nehmen werden. Ja? Sie werden immer sichtbarer. Aber ich würde beinahe sagen, Finger weg. Zumindest vorerst. Ich liebe die Stories. Aber ich habe eben schon meine drei Schritte einmal kurz erklärt. Und das ist mein ABC-System, das ich dann im Webinar und in dem Training nochmal detailliert erklären werde. Aber was die Stories machen, sie helfen dir, Vertrauen aufzubauen mit potenziellen Kunden. Ja? Dafür sind Stories perfekt. Das heißt, wenn du sie konsumierst, würde mich mal interessieren, erstellst du Stories regelmäßig? Oder konsumierst du sie regelmäßig? Oder machst du beides? Würde mich mal interessieren, einfach mal um so ein bisschen die Tendenz zu sehen. Oder weißt du gar nicht, was es ist? Auch bitte in den Chat rein, weil, damit ich einfach mal weiß, wie das so abläuft. Wichtig ist einfach, dass die Stories, wenn wir Stories machen, die sind wieder weg. Und Vertrauen aufbauen ist schön, aber die meisten von euch, und ich wette, die meisten von euch, sind eher in dem Bereich, ich brauche überhaupt erst mal Sichtbarkeit. Ich brauche überhaupt erst mal Fans und Freunde, die mir folgen, die an meinem Thema Interesse haben. Und genau deswegen ist für mich so ein bisschen Finger weg von den Stories. Die sind zwar schön und gut, aber ich würde es lieber sehen, dass du Pareto-Prinzip 20% deiner Zeit, also den Großteil deiner Marketingzeit, in diese Sichtbarkeit steckst. Wie genau, das zeige ich dann nochmal im Webinar. Aber ich sage nicht, dass du keine Stories machen sollst. Ganz im Gegenteil, ich mache sie ja auch gerne und ich habe auch etwa ein Jahr gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, Stories zu machen, denn ich war total angepisst. Das kann doch nicht sein, ich mache mir hier so viel Arbeit und die sind nach 24 Stunden wieder weg. Aber genau da ist der Punkt. Mittlerweile geht es für mich nicht mehr ohne. Ich mache die Stories und ich habe damit angefangen, mir andere anzuschauen, die sie machen, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ich sie gerne machen möchte. Aber für die meisten von euch ist es viel wichtiger, in dem ersten Bereich zu arbeiten. Also wirklich an dem Thema Sichtbarkeit und da sehe ich eher Inhalte, die länger leben, die eine längere Halbwertszeit haben. Videos, Beiträge, Blogbeiträge meinetwegen auch, Newsletter anzulegen, und da eine Strategie zu finden, die für euch passt und das machen wir dann detailliert dann nochmal in der Challenge. Ich packe es einmal rein in den Kommentar, die Vier-Tage-Challenge für alle die, die sich noch nicht angemeldet haben, weil, da gehe ich nochmal wirklich ins Detail und werde euch erklären, wie ihr das Thema angeht, wie ihr Reichweite bekommt, welche Beiträge ihr erstellen müsst, damit die Leute auch darauf reagieren und damit der Facebook-Algorithmus eure Beiträge liebt. Denn das ist ein großer Punkt. Wir sortieren uns noch einmal. Ich wollte euch einmal einen Überblick geben. Ich habe sogar noch mehr Themen heute mitgebracht, aber das würde heute den Rahmen sprengen. Ich glaube, da mache ich nochmal ein extra Video zu. Nochmal detailliert in die Insights reinzugucken, vom Creator Studio zum Beispiel. Ja? Absoluter Fokus von Facebook. Ihr habt das schon gesehen. Wir arbeiten im Creator Studio. Also, wenn wir auf der Seite sind, hier oben, ja, wenn du jetzt Beiträge auf Facebook vorplanen willst, dann musst du das zwingendermaßen im Creator Studio machen. Und hier wird noch sehr, sehr viel ausgebaut. Ich habe zum Beispiel gerade heute, als ich hier geplant habe, ich zeige es euch einmal, super spannend eigentlich, habe ich nämlich ein neues Tool direkt gesehen. Und zwar wurde mir vorgeschlagen, als ich dieses Live-Video geplant habe, hier probiere die neue Version für deine Live-Übertragungen aus. Und der Live-Producer sieht echt geil aus. Das macht richtig Spaß, damit zu arbeiten. Das ist erstmal die Startseite und da kann man ein bisschen runtergehen auf beiden Seiten. Ich kann hier planen und ich kann dann weiter unten auch Einstellungen machen. Also, wirklich total spannend. Und langfristig wird es so sein, das können wir jetzt schon, dass wir die Videos auch schneiden können im Nachhinein. Langfristig wird es so sein, dass wir zum Beispiel dann auch Interviewpartner wieder reinholen können. Ja, das ist eine Funktion. Die gab es mobil, die gibt es nicht mehr und das nervt mich total. Langfristig wird es so sein, dass wir dann auch Untertitel reinbringen können. Live, ins Video. Dass wir dann auch unsere Beschriftung, unser Logo und alles mit reinsetzen können. Da arbeiten sie dran. Für mich könnte es früher eher als später kommen. Ich arbeite hier mit E-Cam, muss also mit einer externen App arbeiten, um das hier bearbeiten zu können. Aber ich möchte das gerne in Facebook sehen. Ich will das in Facebook machen können und hier keine externen Tools für nutzen müssen. Ja, Für mich ist wichtig, dass ihr versteht, dass Facebook sich verändert und der Fokus, ganz grob zusammengefasst, darin besteht, dass wir mehr zusammenwachsen und mehr uns auf die Einzelpersonen auf Facebook konzentrieren. Das sieht man ganz gut an dem neuen Design und aber auch mit den Aktionen, die sie machen. Werbung schalten für Gruppen, Facebook-Veranstaltungen pushen und überall sehr offensichtlich darstellen. Den Marketplace, dass wir uns untereinander Sachen kaufen und verkaufen können. Den Chat, da arbeiten sie ganz intensiv dran und da sind viele Neuerungen. Also wirklich in diesen Kontakt mit den Leuten wieder zu kommen, finde ich super spannend. Ganz, ganz viel Potenzial, dass ich da sehe. Und wenn ihr Fragen zu den einzelnen Themen habt, dann sagt bitte Bescheid. Ich finde das super spannend. Ich finde, da kann man so viel machen. Jana sagt schon, sie will mehr zum Creator-Studio und Werbeanzeigen-Manager. Genau. Also es sind einige, die die Storys auch nutzen. Das finde ich auch sehr gut. Ich möchte auch nicht euch abhalten, Storys zu machen. Ich will nur, dass ihr Klarheit habt, wenn ihr Storys macht, dass das nicht unbedingt neue Leute anzieht, sondern dass das die, die euch schon folgen, die verbauen dadurch Vertrauen auf. Ganz grob gefasst. Ja, das ist super, aber wenn es euer Hauptthema ist, neue Leute zu erreichen, dann braucht ihr andere Strategien und genau das zeige ich euch dann in dem Training. Ich hoffe, das war für euch ein schöner Überblick. Wenn ihr Fragen habt zu den speziellen Themen, wie gesagt, Creator-Studio mache ich nochmal ein eigenes Video. Ich glaube, das könnte auch gut und gerne eine Stunde lang werden, deswegen fange ich das jetzt gar nicht im Detail an. Aber Werbeanzeigen-Manager können wir uns angucken, da verändert sich ja auch ständig etwas, das wissen wir. Und alle anderen Themen, wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie gerne, dann mache ich dazu sehr, sehr gerne auch noch ein Video. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich starte jetzt gleich und hole meine Kinder ab. Ich habe jetzt eine Haushaltshilfe. Heute ist Probetag, mal gucken, ob das funktioniert. Ich suche jetzt seit wirklich sehr langer Zeit jemanden, der uns hier voll unterstützt und das ist jetzt auch wirklich Zeit, dass da mal jemand kommt, der mich entlastet bei Sachen, die ich nicht so gerne mache wie Einkaufen, Kochen und so. Aber ich wünsche euch einen ganz tollen Abend. Heute Abend mache ich Sport. Volleyball ist mein Lieblingssport. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, was ihr gerne macht. Und dann sehen wir uns dann vielleicht in der Challenge, die am 5.2. startet, vier Tage lang. Ihr müsst auch nicht live mitmachen, ihr könnt das alles auch einen Tag später nachholen oder so. Das ist alles ganz entspannt. Dafür gibt es die Aufgaben per E-Mail und wir haben eine exklusive Facebook-Gruppe, wo ich dann nochmal extra Trainings reinsetzen werde. So ein paar Tooltips, so ein paar leicht umsetzbare, kleine Dinge, die deine Reichweite direkt erhöhen. Das ist so mein Ziel und jetzt wünsche ich euch erstmal noch ganz viel Spaß. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.